Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf BVB Insights und den aktuellen News rund um den BVB. Es ist ja eine der ungewöhnlichsten Transfergeschichten der vergangenen Jahre. Am 1. März gab er Dortmund die ablosefreie Verpflichtung von Meister Lotka für die U23 bekannt. Anschließend, das konnte er keiner ahnen, startete dann der Torhüter bei den Profis und er hat er durch und die alte Dame wollte das dann sichere Talent dann doch noch halten. Dafür zog Hertha eine zuvor ignorierte Option zur Vertragslängerung und war bereit mit dem BVB auch vor Gericht zu gehen. Das wird jetzt ein juristisches Ding, kündigte auch Geschäftsführer Fredi Bobic an. Soweit kommt es nun aber offenbar doch nicht, denn wie Transermarkt.de berichtet, gibt die Hertha nun nach und lässt Lotka doch zum BVB ziehen. Meiner Meinung nach auch vollkommen richtig so, weil das wäre erschreckend, wenn Hertha in dem Falle recht hätte, weil sonst könnte man sich auch ablosefreie Deals gar nicht mehr wirklich verlassen. In Dortmund ist der Pol aber nach wie vor nur für die U23 eingeplant, denn mit Alexander Mayer ist ja ein neuer Vertreter von Stammkeeper Gregor Kobel bereits im Anflug. Ein Transfer soll er vollzogen werden. Vermutlich ist aber auch eine sofortige Ausleihe von Lotka nicht komplett auszuschließen. Und dann vielleicht ja sogar zurück zu Hertha BSC. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.